8. Mai 2017. Heute starte ich meine Vorbereitungsphase für den Kusi Triathlon. Dabei muss ich 500 Meter schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. In den nächsten 11 Wochen werde ich mich gezielt auf diese drei Disziplinen vorbereiten. Meine erste größere Belastungsprobe hatte ich bereits am 11. Mai beim Mnet Lauf. Dort bin ich eine 6,4 Kilometer lange Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 Minuten und 54 Sekunden pro Kilometer gelaufen und bin dabei von über 11.000 Teilnehmern 216. Platz geworden. Bei meinem Lauftraining achte ich gezielt auf einen Mittelfußlauf und zudem auf das korrekte Läuferdreieck bei der Armhaltung. Zusätzlich stehen neben dem funktionellen Begleittraining für Waden, Oberschenkel und Kniebeuger auch die Übungen des Lauf-ABCs im Vordergrund. Dabei verwende ich die Übungen Prellhopser, Kniehebelauf, Anfersen, Seitsprünge und Überkreuzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um möglichst effektiv und kräftesparend zu schwimmen, achte ich beim Schwimmtraining besonders auf eine sehr widerstandsarme Wasserlage sowie die technisch korrekte Ausführung von Beinschlag und Armzug. Eine ganz besondere Herausforderung beim Triathlon ist das Schwimmen im Freiwasser. Und da muss ich selber bei Trainingseinheiten in der Werthoch und am Kuhsee selber feststellen, dass die Orientierung im Freiwasser nur sehr schwer möglich ist und dass es allgemein auch gar nicht so einfach ist, 500 Meter am Stück zu schwimmen, da man sich dann nicht an Beckenrändern abstoßen kann. Rücken, Brustbereich, Schultern und Trizeps sind die primär beanspruchten Muskelgruppen beim Schwimmen und deshalb besteht mein funktionelles Begleittraining unter anderem aus Klimmzüge, Liegestützen, Dips und Seitheben. Rücken, Brustbereich, Schultern und Triathlon Rücken, Brustbereich, Schultern und Triathlon Der Erfolg beim Radfahren hängt stark von der Ausrüstung des Sportlers ab. Nicht umsonst spricht man dann beim Triathlon von einem Sport für Gutverdienende, aber auch nicht das leichteste Fahrrad fährt von allein ins Ziel. Beim Kuhsee Triathlon werde ich mit meinem Mountainbike starten, da dies vom Veranstalter so empfohlen wurde. Trotzdem versuche ich dann so aerodynamisch wie möglich zu fahren. Beim Triathlon selbst werde ich dann am Ende der Radstrecke auf eine sehr hohe Trittfrequenz achten, um dann mir den Laufübergang zu erleichtern. Durch meine Teilnahme an der Transalp fühle ich mich eigentlich sehr gut vorbereitet auf die Disziplin Radfahren und zur Kräftigung für Po und Oberschenkel brauche ich Kniebeugen, Ausfallschritte, Beinheben auf allen Vieren und Aufsteiger in meinen Trainingsplan ein. Vor der ersten Trainingseinheit geht es erstmal zur Hessing Park Klinik, zur Bestimmung der Grundlagenausdauerbereiche GR1 und GR2. Dabei wird eine Laktat- und Herzfrequenzmessung gemacht. Meine Aerobe-Schwelle liegt bei 1,44 Millimol pro Liter und meine Anaerobe-Schwelle bei 3,2 Millimol pro Liter. Parallel dazu wurden die Herzfrequenzmessungen gemacht und mit diesen gemessenen Werten kann ich dann meine Grundlagenbereiche im Training genau steuern. In den ersten Wochen steht vor allem Grundlagen- und Ausdauertraining im GR1-Bereich sowie Techniktraining in den einzelnen Disziplinen im Vordergrund. In der zweiten Trainingshälfte steigere ich meine Trainingsintensität durch Trainingseinheiten im GR2-Bereich, zum Beispiel mit Temposteigerung und der intensiven Intervallmethode. Des Weiteren baue ich Koppeleinheiten mit in mein Training ein. Nach elf harten Trainingswochen heißt es nun meinen Leistungsstand im Kusi-Triathlon abzurufen. diplomaervolmethode.at Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.